Polizeiberichte Berlin, 21. April 2023 Wenn du keine Polizeiberichte oder wichtige Meldungen der Polizei Berlin verpassen willst, abonniere unseren Kanal. Bericht, antisemitische Beleidigung im Bus, Betroffene und Zeugen gesucht. Nummer 0593 Zu einem Vorfall in einem BVG-Bus in Charlottenburg am Dienstag, den 18. April 2023 hat der polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes die Ermittlungen aufgenommen. Nach bisherigem Kenntnisstand soll eine Frau gegen 13.20 Uhr in einem Bus der Linie 100 in Richtung Alexanderplatz von einem männlichen Fahrgast antisemitisch beleidigt worden sein. Sie alarmierte über den Busfahrer die Polizei, entfernte sich aber vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte. Die Polizei Berlin sucht nunmehr die Betroffene sowie Zeuginnen und Zeugen zu dem Vorfall. Die Fragen der Polizei lauten. Wer wurde am 18. April 2023 gegen 13.20 Uhr im Bus der Linie 100 in Richtung Alexanderplatz beleidigt? Wer kann Angaben zu dem geschilderten Vorfall machen? Wer kann Angaben zur Identität und oder zum Aufenthaltsort des noch unbekannten Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt das Fachkommissariat des polizeilichen Staatsschutzes des Landeskriminalamtes im Bayern Ring 44 in Tempelhof unter der Telefonnummer 030 4664-953528 per E-Mail an lka535 at polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Bericht, man von Straßenbahn erfasst. Nummer 0594. In der vergangenen Nacht erfasste ein Triebwagenführer mit dem Triebwagen einer Straßenbahn einen Mann auf den Gleisen in Johannesthal. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Zug der Linie 60 gegen Mitternacht zwischen den Haltstellen Sterndamm Königsheideweg und Piechka-Straße unterwegs. Dabei bemerkte der Triebwagenführer einen auf dem Schienenstrang zwischen den Gleisen liegenden Mann. Trotz einer eingeleiteten Gefahrenbremsung erfasste der Triebwagen den zum jetzigen Zeitpunkt noch unbekannten Mann, der noch am Ort verstarb. Zu den Bergungsmaßnahmen blieb die Unfallstelle für die Dauer von rund zwei Stunden gesperrt. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Fahrer der Straßenbahn, der einen Schock erlitt, in ein Krankenhaus. Die Fahrgäste des Zuges blieben unverletzt. Ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes führt die Ermittlungen im Rahmen eines Todesermittlungsverfahrens, insbesondere zur Identität des Mannes und zu den Umständen des Todes. Bericht, Radbolzen am Rettungswagen gelöst. Nummer 0596. Unbekannte lösten gestern Abend Radbolzen an einem Rad eines Rettungswagens im Märkischen Viertel. Nach den bisherigen Erkenntnissen befand sich die Besatzung des Wagens gegen 21.30 Uhr zu einem Einsatz in einem Mehrfamilienhaus am Wilhelmsruherdamm. Dabei sollen sie von mehreren Personen aus einem Fahrzeug heraus aufgefordert worden sein, den Rettungswagen zur Seite zu fahren. Einsatzbedingt soll dies jedoch nicht möglich gewesen sein, ebenso wie das Beaufsichtigen des Einsatzwagens. Nachdem die Besatzung die Patientin in ein Krankenhaus brachte, bemerkte sie verstellte Radmutterabdeckungen und überprüfte diese. Dabei stellte sie zwei gelöste und gelockerte Radbolzen fest und alarmierte die Polizei. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr übernahm ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1, Nord. Bericht, Überfall auf Juweliergeschäft, Tatverdächtige festgenommen. Nummer 0597. Einsatzkräfte der Polizei nahmen gestern Mittag drei junge Männer in Rudow fest, die verdächtigt werden, ein Juweliergeschäft überfallen zu haben. Nach bisherigen Erkenntnissen erschien zunächst ein Duo gegen 12.30 Uhr an der Eingangstür des Geschäfts im Neudecker weg und begehrte durch Klingeln einlass. Im Geschäft befanden sich zwei Mitarbeiterinnen im Alter von 30 und 51 Jahren. Die Ältere öffnete die Tür, um aus Sicherheitsgründen erst einen der beiden Männer hereinzulassen. Sie wurde dann jedoch beiseite gestoßen und beide Männer drängten in den Laden. Die Tatverdächtigen forderten die Herausgabe diverser Schmuckstücke und bedrohten die beiden Mitarbeiterinnen dabei mit einem Messer und Reizgaspray. Verletzt wurden die beiden Frauen nicht. Anschließend verließ das Duo das Geschäft mit Beute über die Fahrbahn des Neudecker wegs zu einem gegenüberliegenden Parkplatz. Das wurde von einer Zeugin beobachtet. Die Tatverdächtigen stiegen in einen blauen Wagen, in dem sich möglicherweise noch eine weitere Person befand und flüchteten damit in Richtung Zwickauerdamm. Polizeieinsatzkräfte entdeckten das Fluchtfahrzeug kurze Zeit später im Agnesstraubweg, wo es abgestellt worden war. Dank den Angaben weiterer aufmerksamer Zeugen konnten zwei Tatverdächtige im Alter von 18 und 19 Jahren auf dem Gehweg der Fritz-Erle-Allee festgenommen werden. Bei dem dritten Tatverdächtigen, 21 Jahre alt, klickten in einer Wohnung im Agnesstraubweg die Handschellen. Die mutmaßliche Beute aus dem Juweliergeschäft wurde zu Teilen im Fluchtfahrzeug gefunden und nach Absuche des Fluchtweges der Tatverdächtigen auch in Gebüschen und auf einem Parkplatz. Das mutmaßliche Tatmesser fanden die Einsatzkräfte in einer weggeworfenen Jacke in der Nähe des Festnahmeortes in der Fritz-Erle-Allee. Alle drei Festgenommenen wurden der Kriminalpolizei der Direktion 4, Süd, überstellt, welche die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen. Hat Bericht Mehrere Fahrzeuge eines Autohauses angezündet Nummer 0598 Bisher Unbekannte setzten heute früh mehrere Fahrzeuge eines Autohauses in Marzahn in Brand. Nach derzeitigem Kenntnisstand bemerkte ein Zeuge gegen 4 Uhr mehrere brennende Fahrzeuge auf dem Gelände des Autohauses an der Landsberger Allee und alarmierte Feuerwehr und Polizei. Insgesamt wurden 25 Neufahrzeuge der Marken Peugeot und Citroën durch die Flammen zerstört. Mindestens zwölf weitere Neufahrzeuge unterschiedlicher Marken wurden zudem beschädigt. Verletzt wurde niemand und es entstand hoher Sachschaden. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen hat ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt übernommen. Bericht, man durch Schusswaffengebrauch verletzt. Nummer 0599 Durch einen Schusswaffengebrauch von Polizeieinsatzkräften wurde heute Nachmittag ein Mann im Stadtteil Wedding verletzt. Gemäß derzeitigem Ermittlungsstand alarmierten Mitarbeitende des jüdischen Krankenhauses gegen 14.30 Uhr die Polizei zu einem randalierenden Mann auf einer der dortigen Stationen, der zudem Mitarbeitende und Patienten mit einem Messer bedroht haben soll. Die Einsatzkräfte sollen nach ihrem Eintreffen von dem 45-jährigen Mann ebenfalls mit einem Messer bedroht worden sein, sodass diese von der Schusswaffe Gebrauch machten. Der Mann wurde durch den Schusswaffengebrauch an einem der Beine verletzt. Er befindet sich derzeit in medizinischer Versorgung und ist stabil. Den ersten Ermittlungen zufolge soll der Mann Patient der betroffenen Station, einer Suchtstation, sein. Am Ort findet aktuell noch die Tatortarbeit statt, auch durch Spezialisten des Kriminaltechnischen Institutes des Landeskriminalamtes. Eine Mordkommission hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen übernommen.